So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen FriVlog und ich muss wieder mal nachgucken, welcher das eigentlich ist, weil ewig keine Videos mehr kamen. Oh, ich wacke hier so ein bisschen rum. So, dann muss ich mal gucken. Schauen wir uns doch mal hier um. So, ja. Und zwar, wo ist der letzte FriVlog? Wo ist der neunte? Alter, der ist schon ewig her. Der neunte, dann ist es der zehnte. Um Gottes Willen. Ja, es kamen ewig keine Projekte und ich habe heute schon wieder GTA 5 aufgenommen. Kann ich ja mal so sagen. Heute der GTA 5 aufgenommen, das heißt, jetzt kommen wieder so langsam rein, sich jetzt wieder die Projekte ein. Und, ja. Es kommt wieder mehr, auf jeden Fall. Ich habe jetzt einen Umzug durch und so weiter, erkläre ich dann auch alles in der GTA-Folge nochmal ein bisschen mehr. Gehe ich dann ein bisschen mehr drauf ein. Was auch cool ist, äh, ich habe, ich bin in der Steam-Beta von BattleBlock Theater. Äh, da werde ich auch ein bisschen zocken. Ich weiß nicht, ob man das, ich weiß nicht, ob man das aufnehmen kann. Vielleicht kann ich da ein bisschen was regeln. Muss ich mal gucken, muss ich mal gucken. Es wäre ja cool, wenn ich das mit ein bisschen aufnehmen könnte. Ähm, ja, Boom-Shakalaka sag ich da nur, ne. Äh, extrem geil. Und, ähm, ach, das war eigentlich, ich wollte gar nicht viel sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass jetzt wieder Videos kommen und so weiter, weil jetzt ewig nicht kam. Umzug ist durch, das heißt, äh, in der nächsten Zeit kommen dann auch wieder, äh, mehr Videos, mehr Thrive-Vlogs, ähm, auch in einer anderen Stadt dann, wo ich dann, äh, im Endeffekt noch wohne. Vielleicht auch mit ein paar neuen Mitbewohnern, wer weiß, wer weiß, was, wie sich das da so entwickelt. Äh, da habe ich selber noch keinen Plan von. Äh, ja, das war's eigentlich, äh, ich muss sagen, Hot Rhyme, er fällt mir nicht ein, Trending Robin hier wieder am Start. Einen Spaß, äh, bis zum nächsten Mal, mach's gut, auf Wiedersehen und, äh, ciao.